Ich glaube, wir können anfangen. Herzlich willkommen zum Panel Digitale Öffentlichkeiten 2025. Mit mir auf dem Panel sitzt Lena-Sophie Müller von der Initiative D21, die zum Beispiel Erwartungsberichte und Empfehlungen an politische Organisationen geben und auch an die Wirtschaft, wie man digitale Konzepte besser implementieren und umsetzen kann. Dann zu meiner Rechten Markus Beckedeil von Netzpolitik.org, im letzten Sommer bekannt geworden durch den Landesverräter-Skandal und Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen, ein Medienwissenschaftler, der unter anderem auch, habe ich in meinen Recherchen herausgefunden, ein Buch mit herausgegeben hat, die Idee des Mediums, wo Journalisten über die Zukunft des Journalismus sich Gedanken machen. Und genau daraus habe ich einige Anregungen entnommen und auf der Republika letztes Jahr habe ich ihn gesehen zu der fünften Gewalt, die auch noch sehr wichtig wird und er sprach da über die Macht der Vernetzten vielen. Herr Pörksen, können Sie vielleicht vorstellen, was Sie damit meinen und inwiefern das noch wichtiger wird in der Zukunft? Ich glaube, dass sich in der Zukunft, aber auch schon in unserer gewissermaßen medialen Gegenwart, neben die vierte Gewalt des klassischen Journalismus, der durch Enthüllungen wirkt, durch kritische Berichte wirkt, der ein institutionalisiertes Zentrum hat, dass da allmählich sich eine fünfte Gewalt, ein Stichwort, das ja auch Markus Beckedahl angeregt und ausgearbeitet hat, eine fünfte Gewalt der Vernetzten vielen schiebt, die bestimmt die Agenda in der Mediengesellschaft mit, die treibt das Tempo voran, steigert die Geschwindigkeit, diese fünfte Gewalt wirkt als Meinungskorrektiv, diese fünfte Gewalt, denken Sie an die Plagiatsenthüllung, recherchiert selbst, diese fünfte Gewalt kritisiert die klassischen Medien, betreibt Medienkritik, man denke an die Ukraine-Berichterstattung, den German Wings, Flugzeugabsturz oder ganz aktuell an die Diskussion über die Flüchtlingskrise. Diese fünfte Gewalt findet sich auch mitunter zu einem hässlichen Mobbing-Spektakel zusammen, auch wenn es falsch wäre, alles was einen da erreicht, an Stimmen und Stimmungen immer sofort gleichsam mit einem Pauschalvakabular abzuwerten. Für mich ist es sehr interessant zu sehen, letzter Punkt, letzter Satz dazu, dass diese fünfte Gewalt aus meiner Sicht ein neues Organisations- und Vergemeinschaftsmuster hat. Ich würde sagen, im Unterschied zu einem Kollektiv, wo Sie eine Hierarchie haben, in einer Partei, mehr oder minder klare Innen- und Außengrenzen, eine gemäßigte Individualität, all der Teilnehmer, haben Sie in der fünften Gewalt das Muster des Konnektivs. Man findet sich zusammen im Teilen, im Austausch von Informationen, man gruppiert sich um einen gemeinsamen Hashtag, um eine Petition, um ein Protest schreiben, was auch immer, aber es gibt gleichsam kein hierarchisches Zentrum, niemand kann jetzt sagen, auch in der Aufschreidebatte nicht, lass mal deine blöden Tweets jetzt, das passt hier im Moment nicht so rein. Nein, es ist eine Gleichzeitigkeit, und das ist als Gemeinschafts- und Vernetzungsmuster für mich sehr interessant zu sehen, es ist eine Gleichzeitigkeit von Individualität, mein Foto, meine Geschichte, mein Tweet, mein Posting, mein Text und Gemeinschaftsbildung. Also diese Gleichzeitigkeit, Sascha Lobe hat mal gesagt, als ich diese Idee da mit ihm diskutiert habe, Teil einer Welle sein und doch als einzelnes Teilchen glänzen, das ist für mich so etwas wie eine Spur um das Attraktivitätsgeheimnis dieses Typs von Gemeinschaft, das sich in der fünften Gewalt ausdrückt, zu finden, das Konnektiv. Das sind jetzt erstmal die sehr positiven Seiten. Was ich als negativ empfinde, ist, dass offensichtlich ein relativer Unterschied zwischen Öffentlichkeit oder einer Teilöffentlichkeit und der Demokratie als Gesamtem beispielsweise besteht oder auch ein Unterschied zwischen Meinungsaustausch, der nicht über ein Abrücken von den eigenen Positionen herausgeht und politischer Partizipation oder Legitimierung. Wie kann man das überbrücken? Also gerade in Foren oder so wird bei kritischer Berichterstattung dann die Kommentarfunktion ja eher, also es wird so empfunden, als würde sich nur ein Mob an einer Diskussion beteiligen. Ja, gerne. Und auch Markus und Frau Müller. Vielleicht ein Gedanke dazu. Also wir haben ja in der Medienwissenschaft viele hässliche, mehr oder minder sinnvolle Begriffe, um die aktuelle Medienentwicklung zu charakterisieren. Und ein Begriff, den wir haben, um diese digitale oder durch die digitalen Medien ausgelöste Transformation zu beschreiben, ist der Begriff der Disintermediation. Disintermediation, ein scheußlicher Begriff zugegebenermaßen. Was meint er? Er meint, dass den Bedeutungsverlust von Vermittlern, anders gesagt, die klassischen Gatekeeper verlieren an Einfluss, jeder kann sich zuschalten, jeder kann teilnehmen. Und das ist, ich komme gleich damit auf Ihren Punkt, das ist eine ungeheure positive, gute Nachricht mit Blick auf eine womöglich totalitäre Agenda. Man kann sich befreien von der Monoperspektive, man kann seine eigene Geschichte dagegen setzen, man kann überhaupt seine eigene Geschichte erzählen und hat barrierefrei Zugang zur Öffentlichkeit. Also es ist eine Positivnachricht und es ist gleichzeitig ein hochambivalenter Mechanismus, denn Sie können sich in Ihre eigene Wirklichkeitsblase, in Ihr eigenes Bestätigungsmilieu hineingoogeln, Sie können sich in Form Ihres eigenen Bestätigungsmilieus abschotten, Sie können ohne Kontakt mit der Agenda der Allgemeinheit sich immer wieder versichern, da regiert die Lügenpresse, der Zuzug der Flüchtlinge ist eine reine Katastrophe. Also Sie beobachten oder man kann etwas beobachten, das ist ein Radikalisierungsmodus, was man eine Entfesselung des Bestätigungsdenkens nennen könnte. Ich habe meine Position und ich gehöre zu den bekennenden Nichtschwimmern katholischen Glaubens mit einem Interesse an Hirschgeweihen und finde nun Gemeinschaften weltweit, die ähnlich strukturiert sind, die ähnlich denken und wir können uns dann in das Gefühl hinein beamen, wir sind viele und wir sind mächtig und warum werden wir von den klassischen Medien nicht gesehen. Also auch gefühlte Repräsentationskrisen werden in einer solchen medialen Situation gleichsam zur Alltagserfahrung. Das erleben wir in diesem Moment. Gleich komme ich nochmal auf das Filterblasenphänomen zurück mit dir, Markus. Ich will Frau Müller gerne fragen, Sie haben ja auch mehrere Empfehlungen zu Medienkompetenzen. Könnte man sozusagen dieses Gatekeeper-Problem und dass man zu leicht sozusagen in den Zirkel gerät, nur noch Informationen, die bestätigend sind oder vielleicht auch durch Suchmaschinen als bestätigend angezeigt werden, zum Gehen, indem man noch früher ansetzt und noch früher sozusagen bei Jugendlichen und Kindern die Fähigkeit ausbaut, zu recherchieren, abzuwägen, was früher vielleicht durch Qualitätsmedien übernommen wurde? Vielleicht zu dem Begriff der Medienkompetenz, weil ja ganz unterschiedlich verwendet wird. Ich glaube, dass, oder so, ich gebe mal ein Bild, so wie ich ihn sehe, nämlich sehr breit, dass Medienkompetenz bei weitem nicht nur eine Technikkompetenz ist und es deswegen auch falsch ist, wenn wir sagen, dass die Jugendlichen, die heute mit Smartphones und Co. aufwachsen, das einfach schon automatisch haben, sondern da gehören andere Dinge dazu. Ich gebe ein paar Beispiele. Also um uns sozusagen selbstbestimmt in dieser Welt bewegen zu können, um einschätzen zu können, wie funktioniert zum Beispiel so ein Algorithmus von Facebook und Co., brauchen wir verschiedene Kompetenzen. Dazu gehört zum einen eine Datenkompetenz, dass ich überhaupt weiß, was passiert denn da mit Daten überall im Hintergrund. Und deswegen sagen wir auch, ja, wir müssen uns mit digitalen Medien schon in der Schule beschäftigen. Ich bin auch dafür, dass jeder eine Grundbildung in Informatik beziehungsweise im Programmieren hat, um überhaupt zu kapieren, wie funktioniert diese Logiken, genauso wie ich das in der Schule beigebracht bekomme, was Physik, Chemie und Co., die Grundlogiken unserer Welt so ist. Ich muss aber auch lernen, eine Meinungsbildungskompetenz zu haben. Das geht jetzt so ein bisschen auch in das, was Sie gesagt haben. Natürlich funktioniert Meinungsbildung dann im Netz vielleicht ein bisschen nach anderen Logiken. Und da muss ich reflektiert rangehen, da muss ich mir das angucken. Bedeutet, ich brauche auch eine Informationskompetenz. Also wir haben heute eine andere Welt, auch eine andere Welt, in den Kindern aufwachsen oder auch wie wir uns bewegen. Früher hatten wir die klassischen Gatekeeper, die du gerade angesprochen hast. Als ich irgendwie noch in der Schule war, dann habe ich halt irgendwie geguckt, was hatte ich da irgendwie am Brockhaus zu Hause oder an Büchern in der Bibliothek oder wie auch immer. Oder ich habe mir halt die Zeitung angeguckt und dann war irgendwie so ein bisschen, hat man das mitbekommen, na gut, die Süddeutsche und die FAZ, das sind irgendwie schon so Qualitätszeitungen. Und wenn ich dann jetzt irgendwo, nenne ich jetzt mal keiner, aber in der anderen Zeitung gucke, ist vielleicht das jetzt nicht so super toll recherchiert. Und diese Gatekeeper-Funktion haben wir erstmal nicht. Wir haben erstmal eine Vielzahl von Informationen, was super ist, bedeutet aber auch, wir müssen lernen, diese Informationen zu bewerten im Netz, kritisch zu hinterfragen. Wir müssen eine Rechtskompetenz oder ein Rechtsbewusstsein auch in der digitalen Welt für uns entwickeln, um uns da selbstbestimmt zu bewegen. Heißt zum Beispiel, ein simples Beispiel, aber ich muss, wenn ich so auf Konferenzen bin, immer noch, denke ich immer so, wow, wenn jetzt hier ein Rechtsanwalt sitzen würde bei der Präsentation, der kann dich irgendwie bei mindestens drei deiner Bilder abmahnen, weil man halt irgendwie denkt so Copy-Paste, zack, aus dem Netz irgendwie in die Präsentation rein. Also müssen wir lernen, irgendwie so diese ganzen neuen Modelle mit Lizenzen und Co. auch da zu nehmen. Und so kann man das irgendwie zigfach weiterspinnen, auch zu sagen, eine soziale Kompetenz, Kommunikation im Netz. Das war jetzt ja eben auch so ein bisschen so ein Thema, müssen wir auch irgendwie neu erlernen. Wo lernen wir all diese Dinge, ich fasse das immer so ein bisschen gern zusammen unter einem digitalen Bauchgefühl, was wir haben müssen, um uns da zu bewegen, die lernen wir ganz oft sozusagen schon in frühen Kindheitsjahren, weil wir soziale Normen lernen, die wir von den Eltern auf den Weg gegeben bekommen. Das fängt an bei, mach den Mund zu, wenn du isst, irgendwie sprich nicht. Oder wenn man irgendwie mit den Öffentlichen fährt, wenn eine ältere Person kommt, dann steh da mal auf und biete der den Platz an. Das sind so Dinge. Und das ist im Netz dann genauso. Wir müssen sozusagen so soziale Normen, was ist anerkannt, was ist nicht anerkannt, müssen wir mitentwickeln. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, weil ich mich schon wieder so in Rage geredet habe. Aber ich will sagen, Medienkompetenz müssen wir breit fassen, müssen diese Komplexität, die uns auch die digitale Welt gibt, müssen wir da genauso komplex mit betrachten. Stichwort Medienkompetenz und Rechtssicherheit auch auf der Produzentenseite, Markus. Netzpolitik ist ja jetzt mittlerweile elf Jahre alt und sozusagen an den letzten elf Jahren kann man schon ein bisschen die Verschiebung der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erkennen. Es ist ja wahrscheinlich zu erwarten, dass es immer weniger Zeitungen geben wird und immer mehr Online-News oder Blogs und so weiter. Und es ist teils wird ein ganz merkwürdiger Antagonismus aufgemacht zwischen beiden. Sozusagen, was habt ihr denn in den letzten zehn Jahren gelernt und wie geht ihr damit um? Also war dir schon vorher klar, wie du dieses Blog betreiben willst und wie du das auch in den nächsten fünf Jahren vielleicht tust, wo immer mehr Aufmerksamkeit teilweise dann auch auf dem liegt, was ihr schreibt? Also es fällt mir schwer, im Internet länger als ein oder zwei Jahre in die Zukunft denken zu können. Ja. Natürlich hat man oder kennt man diverse Trends, aber meistens passiert irgendwas, womit man nicht gerechnet hat und das verändert wieder alles. Das war zumindest meine Erfahrung in den letzten zehn Jahren. Netzpolitik.org ist ja eher als Linksschleuder gestartet, wo ich einfach Links rein kuratiert habe, wo ich der Meinung war, andere, die sich für das Thema interessieren, können da einen Ort finden, wo alles um das Thema zusammengefasst wird. Was ich am Anfang nicht damit intentierte, war, dass wir mal zu einem eigenen Medium werden. Es war einfach nur so, also damals gab es halt kein Twitter oder sonst wie möglicherweise. Hätte es damals Twitter gegeben, hätte ich einfach nur einen Twitter-Account gemacht, um halt diese Links irgendwie zu verteilen. Dadurch, dass wir aber so einen Blog hatten und ein Blog halt eine Allzweckwaffe ist quasi, man kann mit einem Blog halt eine Linksschleuder machen, man kann da seine Liebesbriefe reinstellen, man kann irgendwie auch ein riesiges Medium damit machen, das ist wie ein Blatt Papier, wo man ja auch alles Mögliche machen kann, gab uns das halt als technologische Basis immer mehr Möglichkeiten, auch mal längere Texte auszuprobieren, mit Audio auszuprobieren, Video auszuprobieren. Und so wurden wir halt allmählich zu Journalisten. Allerdings nicht dadurch, dass wir halt eine klassische journalistische Ausbildung durchlaufen haben, wie das, sagen wir mal, früher üblich war, sondern bei uns war es eher so Learning by Doing, Tasten drücken, beobachten, wie funktioniert eigentlich Journalismus und das halt zu einem Zeitpunkt, wo, sagen wir mal, der klassische Journalist auch erstmal lernen musste, Knöpfe zu drücken im Internet, weil man das ja auch nicht wusste. Also das ist ja diese Medienkompetenz, die wir zum gewissen Teil trainiert haben, aber wenn man dann irgendwie die notwendige Technikkompetenz noch braucht und sich die Öffentlichkeiten die ganze Zeit verändern, man ein Gefühl dafür bekommen muss und gleichzeitig auch rumspielen muss, weil es gibt diese Anleitungen ja nicht, wie mache ich eine Zeitung online, sondern alle stehen irgendwie da und wissen halt, ja, alles verändert sich, alle müssen sich irgendwie anpassen. Es gibt nicht die eine Blaupause, sondern jeder muss halt für sich sein eigenes Modell finden, wie man publiziert, wie man sich aufstellt, welche Publizierungswege man überhaupt nimmt und wie man sich finanziert. Und das war auch bei uns halt irgendwie in den zehn Jahren so ein evolutionärer Prozess. Also am Anfang haben wir uns gar nicht so Gedanken gemacht, irgendwie, wie finanziert man das so, weil das war halt so ein Nebenbeiprodukt. Erst als es, sagen wir mal, vom Hobby zum Beruf wurde, haben wir uns darüber Gedanken gemacht, als es auch darum ging, ich kann das nicht mehr alleine machen, sondern ich brauche andere. Wie finanziert man das Ganze? Waren halt so Fragen und gleichzeitig kommen dann halt neue Plattformen. Geht man auf Facebook oder nicht? Ist das jetzt evil oder nicht? Wie ergänzt Twitter sozusagen das einen Block? Kannibalisiert man sich, wenn man auch nochmal woanders ist oder bringt das halt Vorteile sozusagen? Also wie stellt man sich quasi als vernetztes Medium in einer neuen, vernetzten Öffentlichkeit auf? Ist halt ein ständiges Learning und also Ausprobieren. Und man kann halt nicht sagen, wenn man heute irgendwas gefunden hat, dass das nächstes Jahr noch Bestand hat. Ich würde gleich auch nochmal auf die Finanzierungsmodelle zu sprechen kommen, die mir vor allem unter dem Gesichtspunkt wichtig erscheinen, Nachrichtliches gegen Investigativ-Recherchen, Meinungsstücke, also sozusagen das, was als Zukunftsvision ja teilweise schon in der Forschung oder so bezeichnet wird, sind Roboter-Journalisten oder so, die vielleicht Sportartikel schreiben können, aber ich weiß nicht, du bist der einzige praktizierende Journalist gerade. Hast du Angst, dass du ersetzt wirst oder ist dein Arbeitsbereich sowieso fern von all dem? Also ich habe nichts dagegen, wenn Roboter Teil meiner Arbeit irgendwann mal übernehmen können, dann habe ich nämlich mehr Zeit hoffentlich für andere Dinge. Weil, sagen wir mal, Roboter können ja vor allen Dingen wiederkehrende Aufgaben oder langweilige Aufgaben machen. Deswegen werden sie auch gerade, sagen wir mal, am ehesten so im Sportbereich ausgetestet, weil, sagen wir mal, die Wiedergabe von Fußballspielen anhand von irgendwelchen Daten, die man da hat, das Spiel ist 90 Minuten lang, zwei Halbzeiten irgendwie, dann fallen halt Tore von irgendwie, das ist alles, sagen wir mal, jetzt nicht so komplex, wenn es um den reinen Spielverlauf, also wenn es um reine Ergebnisse gibt. Da wird man wahrscheinlich kaum Unterschiede feststellen, ob das jetzt der Praktikant gemacht hat, der Top-Journalist oder ein Roboter. Die Frage ist halt, will das das Publikum? Weil es gibt halt auch Teile des Publikums, die eine gewisse Emotionalität bei der Wiedergabe des Erklärens, des Spielverlaufs haben wollen beim Fußball. Und die werden sich wahrscheinlich nicht so sehr damit zufrieden geben, quasi Roboterberichte zu lesen. In meinem Fall ist es halt so, sagen wir mal, wenn es halt darum geht, einfach mal Sachen wiederzugeben, wie es gab jetzt eine Bundestagsdebatte und irgendwie hier sind die Videos in chronologischer Form von den Abgeordneten. Das hätte ich gern alles automatisiert, weil das kostet mich irgendwie, trotzdem mal eine Stunde Zeit an Copy and Pasten und Suchen und sonst irgendwie, ohne dass ich mich jetzt inhaltlich mit der Bewertung damit beschäftigt habe, die Bewertung aber selbst, was sie gesagt haben, die Einschätzung, die Analyse, sozusagen die Einordnung, das ist etwas, das werden so schnell Roboter nicht erledigen. Und wenn, na gut, dann muss ich mir halt was anderes suchen. Und dann habe ich halt mehr Zeit. Okay, allgemeine Frage in die Runde, auch hinsichtlich Automatisierung, aber inwiefern ist in den letzten zehn Jahren oder fünf Jahren wahrgenommen worden, dass sich die Geschwindigkeit im Journalismus verändert hat oder auch in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit? Und inwiefern liegt in dieser Geschwindigkeit für die journalistische Sorgfalt eine Gefahr? Also als jüngstes Beispiel vielleicht, ich habe in der Recherche gesehen, die Welt hat getitelt über die Anschläge in Frankreich, dass offensichtlich die Terroristen sich mit einem gestohlenen Ausweiszugang nach Frankreich beschafft haben und dann haben sie zweimal korrigiert innerhalb von einer Stunde und man konnte es halt die Schlagzeilen, die im Internet nachzuverfolgen waren, untereinander gelegt sind. Also inwiefern geht Aktualität auf die Kosten von Qualität und ist Aktualität immer notwendig? Herr Paxton, vielleicht als erstes. Für mich zeigen solche extreme Ereignisse wie Attentat oder auch der Flugzeugabsturz gewissermaßen die grundsätzlichen Zielkonflikte des Journalismus, die eigentlich immer bestehen, aber in diffuserer, nebulöserer Form bestehen, nochmal in einer radikalisierten Form. Und das ist der Grundkonflikt in dem Fall zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit. Es gibt den Wettlauf um den Scoop, wer hat die Deutung als erstes, wer hat die Geschichte als erstes, wer hat die News als erstes. Also das ist die Taktung durch eine ganz neue Geschwindigkeit und das gibt die Verpflichtung, auch um den eigenen Markenkern nicht zu beschädigen, um die eigene Glaubwürdigkeit nicht zu ruinieren, die Verpflichtung zu einer Genauigkeit und zu präzisen Informationen. Und für mich sind Extremereignisse wie Attentate immer die Momente, an denen dann das in die eine oder andere Richtung ausschlägt. Es gibt den ehrenwerten Typus des Journalisten, der dann auf Sendung geht und sagt, wir haben nichts zu sagen, wir haben nichts zu sagen, wir haben nichts zu sagen und wir wissen es noch nicht genau und wir spekulieren nur und wir spekulieren nur. Das ist aber, muss man auch fairerweise sagen, nicht abendfüllend. Es gibt gleichzeitig im Falle dieser Extremereignisse, das sehen wir sehr genau an den Klickzahlen, auch bei den seriösen Plattformen, einen wahnsinnigen Hunger nach Information, nach Ad-Hoc-Einordnung und Orientierung. Und dann gibt es den anderen Typus, der sich vorschnell vorwagt. Was kann man da tun? Ich glaube tatsächlich, das ist nicht nur eine journalistische Herausforderung, sondern auf Dauer eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Herausforderung, auch im Sinne einer Art Medienmündigkeit. Wir müssen als Gesellschaft lernen, anders, besonnener, das klingt ein bisschen pastoral, aber egal, besonnener mit Ungewissheit umzugehen. Die Grenzüberschreitungen passieren immer dann, wenn so ein Ungewissheit, so ein Fakten-, ein Deutungs-, ein Visualisierungsvakuum, Informationsvakuum entsteht und dann springen irgendwelche Journalisten rein und fotografieren nochmal schnell, damit man ein paar Bilder hat, die trauen an Schülern. Oder dann versuchen sie zu sehen, okay, wir haben bei Christian Wulff da in seinem Haus noch einen zweiten Bobbycar gesichert. Wumm, geht diese Meldung durch die Decke. Zweiter Bobbycar bei Christian Wulff, wo hat er den her entdeckt? Oder im Falle des Boston-Attentats, um nochmal ein Beispiel, das etwas zurückliegt, zu wählen. Dann werden dann Unschuldige übrigens auch von den klassischen Medien in massiver Weise mitverdächtigt und in den sozialen Netzwerken gejagt. Und das hält für mich die grundlegende Einsicht bereit, diese Mediengesellschaft und diese digitale Gesellschaft wird immer dann grausam, wenn sie versucht, das Ungewissheitsproblem viel zu schnell und letztlich unseriös und auf schmutzige Art und Weise zu lösen. Und das gilt für die alten wie für die neuen Medien gleichermaßen. Und da produziert man die Grenzüberschreitungen. Okay, also es ist keine Frage des Mediums, sondern der Ethik sozusagen. Frau Müller, mir ist gerade noch eingefallen, viele Jugendliche beziehen ja ihre oder jüngere Menschen ihre Nachrichten, habe ich in einer Studie gelesen, auf Facebook neuerdings. Und dann würde sozusagen technischen Implikationen zu tragen kommen, Algorithmenethik, wie geht man damit um? Also, dass bestimmte Ereignisse höher angezeigt werden als andere und dass man selber sich nicht mehr sicher sein kann, ob das sozusagen die relevantesten Ergebnisse sind. Also, eins würde ich gerne vorweg schieben, ist, dass wir uns erstmal nochmal bewusst machen müssen, auch über die Themen, über die wir jetzt reden und auch über das Thema, irgendwie erfahre ich meine Nachrichten zuerst aus Twitter und Co., ist alles noch ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung, der sozusagen da schon so digital affin ist und kann man so sagen, so 36% der Bevölkerung sind digital reich, können sich das alles so richtig erschließen, die anderen erkunden es an vielen Stellen noch. Also, wenn wir nur sagen, wir alle hier sind wahrscheinlich jetzt auch nicht repräsentativ für die Bevölkerung und unser Informationskonsumverhalten und Co. auch nicht wahrscheinlich. Ja, wenn Jugendliche, also das ist ja auch so ein Thema, gehen immer die Nachrichten irgendwie so durch die Welt, Jugendliche sind jetzt gar nicht mehr bei Facebook, jetzt höre ich gerade aus einem neuen Studio, anscheinend sind sie doch noch bei Facebook oder sind in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder wie auch immer. Also, wir merken aber, dass natürlich der Informationskonsum als auch die Kommunikation von Jugendlichen sich irgendwie stark verändert, wird sich auch in Zukunft irgendwie weiter verändern. Wenn es Facebook nicht mehr gibt, wird es was Neues geben. Wenn es Snapchat nicht mehr gibt, wird es auch wieder was Neues geben. Die Frage, die du ja gestellt hast, geht ja, glaube ich, in die Richtung zu fragen, ist den Jugendlichen zum Beispiel bewusst, dass sie vielleicht bei Facebook sehr viele Informationen angezeigt bekommen aufgrund des Algorithmus, die eher ähnlich wie ihre eigenen sind, weil sie vielleicht häufiger bei Dingen, die ihnen gefallen, auf Like klicken und der Algorithmus dann ihnen vielleicht eher, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Mitglied bei den Grünen bin und immer die ganzen Sachen von den Grünen anklicke, dann kommen immer die Nachrichten der Grünen. Da gibt es verschiedene Diskussionen. Das eine ist natürlich, was ich meine, Meinungsbildungskompetenz. Man muss es den Leuten sagen, sie müssen es verstehen, sie müssen kapieren, dass sie vielleicht sich bewusst auch noch andere Quellen suchen, um da bewusst mal auszubrechen. Dann wird ja jetzt zum anderen so ein bisschen immer mal diskutiert, müssten Algorithmen offengelegt werden? Ich war letztens in der Diskussion, da kam die Idee, bräuchten wir ein TÜV für Algorithmen, um auch zu gucken, sind die fair? Da steckt natürlich so ein bisschen der Wunsch dahinter, dass wir sagen wollen, hey, wir wollen, dass das nach bestimmten Regeln abläuft und wir können das aktuell gar nicht kontrollieren. Wir wissen nicht so richtig, wie Google nach irgendwelchen Dingen sucht. Wir wissen nicht wirklich, wie Facebook den Algorithmus gestaltet oder warum Spotify mir bestimmte Leader vorschlägt. Und man hat so ein bisschen den Wunsch, das zu verstehen. Ich finde das gut, dass wir diese Diskussion führen. Ich weiß noch nicht, ob das eine Lösung ist, da irgendwie ein TÜV oder irgendwelche Richtlinien oder wie auch immer zu gestalten. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir uns in der Tat als Gesellschaft bewusst machen, die immer digitalisierter wird. Wir werden mit Unbekannten, mit immer mehr Unbekannten umgehen müssen. Also ich war letztens auf einer Veranstaltung, da hat einer gesagt, wir müssen lernen, dass wir in einer Don't-Know-World leben werden. Einige Dinge werden wir verstehen können, andere nicht. Und die Diskussion ist eine gesellschaftliche. Und an den Teilen, wo wir Gesellschaft befähigen können, Dinge zu verstehen, sich selbstbestimmt zu bewegen, sollten wir es tun. Und deswegen, glaube ich, müssen wir im Bildungsbereich ganz, ganz viel in Richtung Kompetenz machen. Wir haben ja auf der Bühne leider keinen Journalisten aus dem klassischen Printbereich sozusagen, die jetzt gerade mit großen Herausforderungen konfrontiert sind. Wahrscheinlich ist die Frage nach Zugang zur Öffentlichkeit auch immer eine Finanzierungsfrage. Und was mir in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, ist, ich habe das Gefühl, dass sich Berichterstattung zunehmend personalisiert, vor allen Dingen im digitalen Bereich. Und man gleichzeitig durch alternative Finanzierungsmodelle wie Crowdfunding nur mit wirklich attraktiven oder aufsehenserregenden Geschichten Geld von der Bevölkerung kommt, weil diese grundsätzliche ist ja immer die Frage, sind Leute noch bereit, für Journalismus zu bezahlen? Was macht man dann mit den ganzen substanziellen, aber eher langweiligen Dingen, die auch vermeldet würden? Gibt es da eine Tendenz, eine Lösung, Gedanken dazu? Die konkrete Frage war, wenn man zum Beispiel bei Crowdfunding attraktive Geschichten oder auch wenn man so zum Beispiel wie ihr mit Originaldokumenten arbeitet und dann sozusagen was Neues vermeldet, was vorher noch gar nicht bekannt war, dann gibt es wahrscheinlich eine große Finanzierungsbereitschaft. Also hat man ja vielleicht auch im letzten Sommer festgestellt. Was ist mit den substanziellen Dingen, für die es früher halt in den Redaktionen Leute gab, die man aber vielleicht nach neuen Finanzierungsmodellen nicht mehr abdecken kann? Was macht man damit? Gründet man eine GEZ für Printprodukte oder für Journalisten an sich? Also erstmal ist der Journalismus unabhängig vom Trägermedium. Also auf absehbare Zeit wird es noch Zeitungen geben, gedruckt. Möglicherweise wird es noch irgendwann eine Zielgruppe geben, die das immer noch auch noch in 30 Jahren haben wird. Aber wir sollten jetzt die Finanzierung des Journalismus nicht an irgendwie eine gedruckte Zeitung irgendwie... Ja, aber da waren ja alle Ressorts besetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Blog wie Netzpolitik funktioniert wie eine klassische Zeitung, wo für jeden Bereich Leute da sind. Ja, wir sind schon mal überlegen, ob wir einen Sportteil aufmachen, weil E-Sport ist ja immer größer werdend. Aber wir haben da noch keine Experten für gefunden. Der Journalismus war, sagen wir mal, früher in der Regel eine Querfinanzierung, abgesehen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte ja in der Theorie quotenunabhängig sein und sollte auch, sagen wir mal, im Idealfall alles abdecken, was relevant ist, um sozusagen eine breite Öffentlichkeit zu finden. Und im privaten Bereich gab es halt auch diese Querfinanzierung, dass halt Zeitungen halt den Sportteil hatten oder andere, um halt den Politikteil zu finanzieren. Weil irgendwie, wenn man sich halt anschaut, wo kommt das Geld über Werbeeinnahmen rein in der Zeitung? Das wird in der Regel nicht über den Politikteil erwirtschaftet. Da muss man halt den Wirtschaftsteil und andere Teile haben. Die Frage ist, wird das noch zukünftig so finanzieren, wenn wir als Rezipienten immer noch zu einem alles-gemixt-Medium gehen wollen oder gehen wir mehr zu spezialisierten Sachen. Wer sich für Netzpolitik interessiert, kommt zu uns und wer sich für Sport interessiert, geht zu elf Freunden oder wie die alle heißen und so weiter. Und indem man sich dann durch so eine Individualisierung was zusammenmixt. Die Frage ist, wird sich das aufspalten? Ich kann mir vorstellen, dass die Hälfte der Bevölkerung sagt, ich habe immer noch gerne irgendwie meine vertraute Marke, Tagesschau.de, Spiegel.de oder sonst irgendwie, wo ich hingehe und wo ich halt von Britney Spears bis FC Bayern irgendwie alles mitbekomme und ab und zu noch erfahre, wer gerade Kanzler ist. Und der andere Teil geht dann halt eher. Das finde ich halt sehr spannend, weil mich interessiert weder Bayern München noch irgendwie Britney Spears und mixt sich quasi aus den unterschiedlichen Ergebnissen eine eigenen Sachen zusammen. Und warum nicht einfach nur irgendwie die Meinungsseite aus der SZ nehmen und irgendwie das vermixen mit irgendwie Netzpolitik.org und irgendwie bestimmten der Medienseite vom Spiegel und so weiter. Ja, die limitierenden Ressourcen ist da wahrscheinlich einerseits Zeit, andererseits kommt man da aber auch ganz schnell mit dem Urheberrecht ja dann in Konflikt. Nee, ich glaube dafür, also das ist alles im Großen und Ganzen eine Filterfrage und auch eine Refinanzierungsfrage. Es gibt ja die ersten Ansätze endlich mal, so sagen wir mal nach zehn Jahren Debatte, gibt es so Ansätze wie Blendl, wo man sich halt dann einzelne Artikel rausholen kann. Ich bin jetzt noch nicht so ganz überzeugt, dass die Preisgestaltungspolitik da sehr zufriedenstellend ist, weil ich gebe jetzt ungern für einen einzelnen Artikel zwei Euro aus, wenn die ganze Zeitung nur 1,70 kostet und ich da irgendwie hunderte Artikel irgendwie zugleich habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass halt, wenn sagen wir mal, Angebote wie Blendl oder was danach als nächsten evolutionären Schritt kommt, größer werden, viel mehr Nutzer haben, dass dann die Preise sinken und es für uns dann ganz selbstverständlich sein wird, quasi mithilfe der richtigen Filtern passend auf unser ausgewähltes Medium, sei es ein Smartphone, ein Tablet, ein Computer oder Fernseher oder sonst irgendwie uns das individuell gefiltert zusammenzustellen und dann die Bezahlung auch irgendwie da automatisiert eingebaut ist. Herr Perksen, können Sie was aus wissenschaftlicher Sicht dazu sagen? Ist es vielleicht tatsächlich so, dass aus einem Überangebot manchmal auch die gegensätzliche Entwicklung entsteht, dass Leute halt nicht mehr auf die Seiten gehen, sondern vielleicht Angebote wie Newsletter, Mailinglisten, von denen man eigentlich dachte, dass sie eher aus den 80er Jahren und der Akademie stammen, nimmt das wieder zu oder ist es nur ein kurzweiliger Trend? Ich glaube, dass es massive Reaktionsbildung gibt auf das Überangebot von Informationen. Eine Reaktionsbildung ist ganz gewisses Ausweichen in Metamedien, also dass ich dann die Linkliste mir dreimal am Tag zuschicken lasse aus dem Medienbereich von Peter Thuri und Daraufschau oder Perlentaucher oder was auch immer. Anderes sind Sehnsuchtsmedien, Medien der Stille, so komisch das klingt, denken Sie an Phänomen wie Landlust. Die berichten im Frühjahr, dass das Frühjahr jetzt kommt und im Sommer ist es jetzt da und dazwischen glückliche Kinderaugen beim Laternenumzug, dampfendes Brot und Kuhstelle. Relativ berechenbares Programm. Mehr als eine Million verkaufte Auflage. Mehr als der Spiegel. Aber ich will noch einen Gedanken einbringen. Also das ist eine merkwürdige Dialektik der Verhältnisse. Das eine Extrem der Informationsüberflutung erzeugt das andere Extrem der Ruhe, Sehnsucht. Das sind auch die Digital Natives, die dann im Silicon Valley sagen, jetzt gebe ich mal drei Tage mein Smartphone ab und mache nur noch Wisdom 2.0, Achtsamkeitsmeditation. Digital Detox. Detox, genau. Und umarme für viel Geld eine Red Hood-Tanne zusammen mit anderen. Das macht sicher Spaß. Ich will das überhaupt nicht lächerlich machen. Sie sehen, ich möchte da auch hin, aber irgendwie traue ich mich noch nicht wirklich. Es scheitert an den Honoraren, die man bei den Republika-Vorträgen bekommt. Ich will auf einen Mechanismus noch heraus. Also ich sehe das als total wichtig an, was du gesagt hast. Man muss diese neuen Finanzierungsmodelle suchen und dann eventuell für den einzelnen Artikel bezahlen. Aber es ist doch ein grundsätzlich anderer Mechanismus der Öffentlichkeitsentstehung. Es ist eine vielleicht Abfrage-Öffentlichkeit. Ich habe eine Frage und suche die Antworten zusammen. Das Öffentlichkeitsmodell alten Typs ist sehr viel paternalistischer, uncooler. Es ist eine Öffentlichkeit der Setzung. Das hat dich zu interessieren. Und wenn du dich nur für die Finanzen interessierst, lieber Leser der FAZ, du kriegst es implizit mitgeliefert, dass es Kultur gibt, weil das Feuilleton liegt da noch bei. Also es ist eine Öffentlichkeit. Ja, aber ich muss es immerhin noch, ich muss mich mit diesen Setzungen der Redaktion auseinandersetzen. Und da habe ich selbst noch keine Antwort. Also wie vermittelt man zwischen dieser befreienden Wirkung einer Abfrage-Öffentlichkeit und den aber auch notwendigen alten Mustern einer Setzungsöffentlichkeit, die mich darauf aufmerksam machen. Es ist aber wichtig, dass du dich damit beschäftigst. Es ist für die Agenda der Allgemeinheit wichtig, dass wir nach wie vor unabhängig von den total miesen Klickzahlen Berichterstattung über den Nahen Osten haben oder so etwas in der Art. Also wie vermitteln wir zwischen Abfrage-Öffentlichkeit und der Antwort-Öffentlichkeit, ohne dass es eine Frage vorher gab, alten Typs? Ja, das stimmt sicher, vielleicht auch, weil man ohne Printmedien wieder bevorzugen zu wollen oder irgendwie Partei dafür zu ergreifen, solange es halt Kiosk gab, hat man wenigstens im Vorbeigehen alle Schlagzeilen wahrgenommen. Und durch die technologische Verfasstheit von bestimmten Medien wird es halt und Hintergang ausgeschlossen und vielleicht muss man sich da tatsächlich was überlegen. Andere Frage, interessante Zukunftsperspektive auch noch aus den Verlagshäusern. Ich habe mal mit dem Chefredakteur von einer Hamburger Zeitung gesprochen und er war sich sicher, dass dadurch, dass die Finanzierungsmodelle für den Rundfunk irgendwie nachhaltiger aufgestellt sind, der eine ganz andere Wichtigkeit bekommen wird, wieder. Also während man früher vielleicht gemeinsam für den Fernsehgeräten saß, tut man das sicher nicht mehr und ruft es zu jeder Zeit aus der Mediathek ab, aber dass sozusagen die Berichterstattung da erfolgt, dann wieder wichtiger wird. Und da ist es sicher aber eine Schwierigkeit, wie die Speicherfristen im Moment sind und dass man erstellte oder über öffentliche Gebühren finanzierte Beiträge dann nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr abrufen kann. Es ist Zeit, dass man auch sozusagen den rechtlichen Rahmen anpasst an die neuen Gegebenheiten in den digitalen Öffentlichkeiten. Markus, Herr Paul, Perksten, Frau Müller. Ja, natürlich. Aber das sind ganz viele unterschiedliche Fragestellungen, die du gerade aufwirfst. Ich bleibe nochmal bei der Depublizierungspflicht. Also es ist absurd, dass eigentlich keiner mehr dahinter steht vor der Entscheidung, die vor ein paar Jahren mit dem 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, glaube ich, geschaffen wurde, auf Druck der Verleger, dass nämlich nach dem Drei-Stufen-Test öffentlich-rechtliche Inhalte mal eine Woche, mal einen Monat, mal sechs Monate oder sonst irgendwie online gestellt werden. Das ist so komplex, dass auch, wenn ich mich häufig damit beschäftigt habe, nicht genau erklären kann, welche Inhalte wie lange irgendwie zu finden sind. Und in der Regel sind sie halt immer weg, wenn ich sie suche. Das führt auch noch zu den Absurditäten, dass halt wir auf Netzpolitik nicht die ARD-Inhalte direkt verlinken, sondern irgendwie nochmal gucken, stehen sie auf YouTube und dann das YouTube-Video verlinken. Weil wenn eine Woche später die Inhalte irgendwie bei der ARD raus sind, dann verlinkt man auf einen toten Link. Also verlinkt man halt auf das Google-Angebot, was aber nicht von uns finanziert ist und was halt so eine riesige Absurdität darstellt. Und keiner steht mehr so wirklich dahinter, weil alle haben festgestellt, dass es eine total bescheuerte Idee war, das einzuführen, aber es wird auch nicht geändert. Weil halt Rundfunkänderungsstaatsverträge, das ist halt irgendwie so ein Relikt aus dem Föderalismus, da müssen dann alle Bundesländer irgendwie dahinter sein und die haben wahrscheinlich noch schon Arbeitsgruppen, um das bis 2018 vielleicht mal andiskutiert zu haben. Und das ist halt ein Problem. Eigentlich müsste man das schon gestern gelöst haben, dass halt diese Inhalte offen stehen, weil das ist auch unser Gedächtnis, unser kulturelles gesellschaftliches Gedächtnis, was in diesen Archiven drinsteht. Und wir haben das auch schon bezahlt. Es steht halt nur nicht der Allgemeinheit offen und wir müssen halt dann auf irgendwie, sagen wir mal, Robkopierinhalte auf Google oder YouTube ausweichen, um halt unser kulturelles Gedächtnis zu haben. Das ist die eine rechtliche Frage. Ich kann mir vorstellen, dass für Medien im Internet, weil sie halt im Internet stattfinden, auch solche Fragen wie Netzneutralität richtig sind, wichtig sind, weil wenn man aussendet, braucht man ja sozusagen freien Marktzugang. Wie wichtig ist das im journalistischen Bereich? Ja, das Internet ist ja groß geworden durch das Ende-zu-Ende-Prinzip, was man halt Netzneutralität nennt, sodass wir an den Enden entscheiden können, sollten und mussten, mit welcher Hardware, mit welcher Software wir mit anderen kommunizieren, die auf der anderen Seite der Netze stehen. Das war halt eine Designentscheidung, die vor über 30 Jahren getroffen wurde von den Urarchitekten des Internets. Und das hat das Internet groß werden lassen, sodass halt man, wenn man ein Medium ist, und Medium kann viel sein, das kann die Wikipedia sein, bis hin zu meinem Blog oder sonst irgendwie, man niemanden um Erlaubnis fragen musste. Also Radio, Fernsehen, brauchte man jeweils eine Lizenz, die waren knapp, die musste man beantragen, dafür brauchte man Geld. Zeitung, brauchte man eine Zeitungspresse und man musste über das Grosso irgendwie in die Kiosk kommen und so weiter, da braucht man auch Geld für. Und auf einmal Internet, hat man eigentlich, also man braucht nur einen Internetzugang und irgendein Device dafür und kann halt senden. Und dadurch, dass halt durch die Netzneutralität quasi in der Mitte niemand entschieden hat, was schneller durchgeht, was langsamer durchgeht, was vielleicht gar nicht durchgeht, was ja radikale, revolutionäre Unterschied zum Kabelfernsehen oder sonst irgendwie war, hat es das ermöglicht, dass wir extrem viel Medienvielfalt bekommen haben. Den einen zu viel, den anderen zu wenig, aber ich finde das erstmal sehr schön, dass halt jeder dieselbe Zugangsberechtigung oder Zugangsmöglichkeit hat. Und jetzt ist halt noch die Frage, wie ist halt der EU-Trialog-Kompromiss zu interpretieren. Also die haben Ende Oktober über Netzneutralität abgestimmt. Da steht ganz groß drauf, wir sichern Netzneutralität. Im Kleingedruckten ist das nicht ganz so offensichtlich. Und die Telekom hat schon angekündigt, den Mix ihre Überholspuren anbieten zu wollen, die halt genau das dazu führen könnten, dass halt unsere Inhalte weiterhin über Trampelfade, über das normale Internet ausgeliefert werden, aber die Inhalte, auch die medialen Inhalte von großen Konkurrenten sehr viel schneller ausgeliefert werden. Und dann halt die Frage ist, werden wir dann benachteiligt? Werden dann halt die Rezipienten zu den Inhalten gehen, die noch schneller durch ausgeliefert werden? Also quasi zementieren wir damit die Großen? Ja oder nein? Das führt eher zu einer Rechtsunsicherheit und ja, zu veränderten Spielregeln im Netz. Was ich sehr bedauerlich finde, aber es gibt noch die theoretische Möglichkeit, dass die Regulierungsbehörden da nochmal nachkehren und halt den Beschluss des Europaparlaments nochmal irgendwie nachjustieren, damit auch tatsächlich das rauskommt, was Günter Oettinger der Öffentlichkeit immer erzählt hat. Jetzt habe ich mir gerade noch aufgeschrieben zu den, zu der veränderten Medienkonsumtion sozusagen, wenn man bestimmte Dienste dafür nutzt und sich vielleicht über Twitter organisiert oder so. Und wir leben jetzt in einer Demokratie, da ist das alles abgesichert durch irgendwie Meinungs- und Pressefreiheit größtenteils. Wenn man aber in andere Staaten guckt, die vielleicht demokratieferner, möchte ich es nennen, sind, dann kann dadurch, dass es halt nicht dezentralisiert ist, relativ leicht halt verfügt werden, dass solche Dienste abgeschaltet werden. Die eine Frage wäre, wie schafft man sozusagen eine robuste Gegenöffentlichkeit, die sich nicht technologisch beschneiden lässt. Andererseits, was sind noch für Regelungen notwendig, wie zum Beispiel Verschlüsselungsschutz oder Quellenschutz oder wie auch immer, um sicherzustellen, dass dadurch, dass auf bestimmte Medien umgestiegen wird, trotzdem sozusagen die wichtigsten Werte der Presse und Meinungsfreiheit nicht verletzt werden. Gerne an alle, wer auch immer antworten möchte. Und danach würde ich ins Publikum öffnen, falls Fragen sind. Es ist nochmal, natürlich jetzt in den Sprung nochmal ein ganz anderes Thema. Ich habe ein sehr spannendes Buch gerade gelesen, was ich allen empfehlen kann. Das heißt The Red Web von zwei russischen Journalisten, die sehr schön nochmal aufgearbeitet haben. Wir hatten sich eigentlich sozusagen Kommunikation in der Sowjetunion von der Abhörung von den Telefonleitungen und Drähten und Co. bis es dann zu internationalen Leitungen ging, bis hin jetzt eigentlich zu Snowden und der aktuellen Propaganda und Co. entwickelt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter Bogen. Aber da wurde nochmal so ein bisschen schön herausgearbeitet, dass man natürlich gesehen hat, wir leben in einer Demokratie. Klar, bei uns Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so und erstmal soll jeder irgendwie Zugang zu den Informationen haben. Frei ist jetzt vielleicht in anderen Ländern nicht so. Jetzt ist die Frage, wie kann man, also was verändert sich durch die Technologie? Und in diesem Buch ist sehr schön beschrieben, dass natürlich jetzt zum Beispiel in Russland es viel schwieriger wurde, die Information zu unterdrücken seitens des Staates, gerade auch als die Plattform aufkam. Also gerade auch als diese Kommunikation dann halt nicht mehr sozusagen eine E-Mail, die an jemand anders geschickt wurde, die man irgendwie abfangen konnte oder unterdrücken konnte oder irgendeinen Dienst sperren konnte in Russland, sondern wenn man gesagt hat, naja, jetzt sind die plötzlich bei Facebook, die Server sind irgendwo in den USA und der Staat hatte gar nicht mehr so sehr die Möglichkeit zu sagen, super, wir kontrollieren das jetzt hier alles mal oder wir blocken hier irgendwie was. Plus die Player wurden auch so groß, dass sie natürlich auch eine Macht hatten. Also durch die Technologie haben wir natürlich auch ein Stück weit irgendwie dann neue Machtlogiken, was dann interessiert, wenn man sich vor diesem Hintergrund übrigens nochmal die Snowden-Entüllungen ins Gedächtnis ruft und sich überlegt, dass auch Russland damals dann natürlich das Stichwort digitale Souveränität gefordert hat und alles schön hier auf russischen Servern zu speichern, spielt dann natürlich auch ein Stück weit mit, dass man es besser kontrollieren kann als Staat. Also ja, diese Logiken verändern sich und Technologie hat die Möglichkeit, Demokratie fördern zu wirken. Man muss sich aber auch bewusst machen, was wir ganz am Anfang hatten mit sozusagen. Es sind dann manchmal halt auch Teilöffentlichkeiten, aber auch das ist eigentlich nichts Neues in der digitalen Welt, auch wenn wir eine Bürgerbeteiligung haben irgendwo in Buxtehude und dann ist da von elf bis zwölf Uhr in einer Turnhalle irgendwie kann man sich beteiligen und ich bin halt arbeiten, dann kann ich da auch nicht hingehen beziehungsweise auch bei Beteiligung sind es oft die Leute, die betroffen sind, die da hingehen. Weil irgendwie ein schönes Beispiel in Berlin, der Bello-Dialog, natürlich haben sich nur die Hundebesitzer da beteiligt und nicht die anderen und das haben wir im Netz auch. Also ja, wir müssen es halt kritisch hinterfragen. Also es ist jetzt nicht so, dass das Netz und Technologie alles automatisch demokratischer macht. Ist nicht so. Kann es aber. Okay, gibt es Fragen aus dem Publikum zu irgendeinem Thema? Okay, falls nicht, dann würde ich die Runde gerne schließen mit einem Statement, wenn Sie sich die Medienwelt vorstellen würden in zehn Jahren oder überhaupt die Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Was sind die Unterschiede zu heute? Herr Pörksner, dann Markus, dann Frau Müller. Es ist natürlich gemein, jetzt als Erster hier Visionen oder Nicht-Visionen liefern zu müssen. Also traditionell ist es ja so, das hat ein weiser Mann mal gesagt, dessen Namen mir leider entfallen ist, Wissenschaft arbeitet mit dem Rücken zur Zukunft. Also wir fangen Schmetterlinge ein und wenn sie tot sind und sich aufspießen lassen, dann beginnt gewissermaßen die Sortierarbeit. Wir betrachten die Muster, die in der Vergangenheit liegen und die gerade womöglich vergangen sind. Aber trotzdem eine Prognose. Ich habe zwei Vorstellungen. Die erste Vorstellung ist eine Dystopie, die Elemente und Prinzipien des Öffentlichkeitswandels, die wir besprochen haben, in negativer Weise radikalisieren. Immer mehr Bestätigungs- und Selbstbestätigungsmilieus, eine Polarisierung von Öffentlichkeit, wie wir sie in Teilen der USA bereits haben, Extremisten, die sich in ihre Nischen zurückziehen und Wissen einander zu bestätigen, Spektakelöffentlichkeiten, Trolle, Shitstorms, nicht mehr die Unterdrückung von Informationen, die wird schwieriger durch die technologische Infrastruktur, sondern ein permanentes Übermalen von Informationen, auch in westlichen Gesellschaften durch raffinierte PR-Strategen, die entsprechend die Suchmaschinen und die sozialen Netzwerke fluten mit ihren Erzählungen, die dann massiv geklickt werden. Das ist die Negativgeschichte, also Spektakelöffentlichkeiten, Fragmentierung und Polarisierung von Öffentlichkeit. Die Positivgeschichte ist, wir befinden uns in einem Übergangszustand, in einer Phase der mentalen Pubertät. Wir müssen eine neue Reife entwickeln im Umgang mit diesen neuen Medien und das wird eine Bildungsanstrengung gigantischen Ausmaßes sein, die auf der Ebene der Schulen, aber auch der Hochschulen, der Universitäten anzusetzen hat. Journalismus als Bewusstsein, was ist gute, sinnvolle, glaubwürdige, veröffentlichungswürdige Information, relevante Information. Journalismus in diesem Sinne verstanden, nicht als Profession, sondern als Bewusstseinszustand, wird zu einem Element der Allgemeinbildung. Wir alle verwandeln uns, gehen weg von der digitalen Gesellschaft hin zur redaktionellen Gesellschaft und treffen in reflektierter Art und Weise diese Entscheidungen. Und dann letzter Punkt, letzter Gesichtspunkt, findet hier in Berlin, Schöneberg, das Sommerfest der Freien Waldorfschule statt und da ist eine junge Mutter, die liest so ein Märchen vor und dieses Märchen handelt von Trollen und dann fragt ein kleiner Junge, was sind das überhaupt, Trolle? Und dann sagt die Mutter, ja das sind so aus der Frühphase des Internets, so ganz giftige Gestalten, die über nur Hass verbreiten, aber heute, die gibt es längst nicht mehr. Vielen Dank. Markus? Ja, ein Teil hat Bernhardt schon gesagt auch, sagen wir mal, man kann jetzt nicht sagen, Zukunft liegt irgendwie, sieht so aus, sondern man kann halt irgendwie versuchen, so Spektren aufzumalen. Es gibt halt so diese dystopische Ansicht, da teile ich deine zu teilen. Ich würde aber noch mal mehr sagen, kann auch sein, dass halt so eine dystopische Aussicht ist, wir werden noch mehr überwacht, wir werden noch mehr kontrolliert, wir verlieren die Souveränität über die Geräte, die wir nutzen, das heißt, wir werden eigentlich nur noch mehr oder weniger zu Konsumenten, die zwar auch noch senden können, aber nicht mehr so wirklich die Kontrolle über alle Produktionswege haben, wie wir sie heute haben. Kann auch sein, dass wir das ganze Finanzierung des Journalismus nicht auf die Reihe bekommen, was zu immer mehr Konzentration führen wird, das heißt, immer weniger kontrollieren, was für Informationen wir bekommen und wir dann tatsächlich so eine Dystopie erleben, wie wir sie aus der Science Fiction kennen. Aber ich bin halt, auch gerne Optimist und ich kann mir auch vorstellen, dass wir es nochmal schaffen, diverse Grundrechte auch im digitalen Raum zurückzuerobern, durchzusetzen, dass wir weniger überwacht werden, dass wir die Kontrolle über unsere Geräte haben, dass wir auch unabhängiger werden von immer weniger Plattformen, die unser Leben kontrollieren und die Regeln immer mehr vorgeben und die wir halt nicht wirklich rechtsstaatlich kontrollieren können, sondern die halt privatisierte Öffentlichkeiten darstellen, die selbstständig die Regeln ändern können und wir, also dass wir dieses Prinzip überwinden können, hin zu dezentralen, offenen Kommunikationsnetzwerken, die halt wieder eher, sagen wir mal, den Utopien des frühen Internetzeitalters sich annähern und gleichzeitig uns ermöglichen, in Verbindung mit funktionierenden Finanzierungswege das ja quasi ein neues goldenes Zeitalter des Journalismus zu entwickeln, wo wir dann tatsächlich nicht mehr so fremdbestimmt quasi von oben durchbekommen, was das hat euch zu interessieren, wo wir es schaffen irgendwie aus sehr vielen neuen Angeboten genau das zusammenzustellen, was uns interessiert, aber trotzdem noch irgendwie einen gemeinsamen Kern als das, was man so in der Medienwissenschaft Lagerfeuer nennt, irgendwie gemeinsam zu haben, nämlich die relevanten Themen, die man wissen muss, abseits davon, wer jetzt quasi in der Bundesliga gerade führt. Ich greife mal den Titel auf, digitale Öffentlichkeiten. Erkenntnis 1 ist, glaube ich, 2025 werden wir noch mehr Öffentlichkeiten haben, als wir sie heute schon haben. Das sehen wir jetzt ja schon, dass wir im Netz haben, sich verschiedene Ökosysteme oder Bereiche noch mal gebildet. die erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis, glaube ich, auch 2025 werden noch mehr von diesen Öffentlichkeiten auf Hoheitsgebiet von Privaten sein. Und drittens ist, glaube ich, dass wir aber die Chance haben, heute die Weichen so zu stellen, dass wir Gesellschaft befähigen, sich in diesen Öffentlichkeiten kompetent zu bewegen und die Rahmen, die du gerade noch mal angesprochen hast, auch heute richtig zu setzen. Dafür müssen wir aber halt was tun. Wir müssen diese Kompetenzen vermitteln, dieses kritische Denken vermitteln, diese Meinungskompetenz vermitteln und das könnten wir heute angehen und dann sind wir, glaube ich, 2025 gar nicht so schlecht aufgestellt. Okay, Abschlussfrage meinerseits noch. Wie um alles in der Welt soll sich in zehn Jahren die Kommentarkultur zivilisieren? Nachdem man... Ich hoffe, da haben wir gar keine mehr, sondern haben die abgeschaltet. Okay, alles klar. Das hat der Ausblick. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ich weise noch darauf hin. Im Anschluss gibt es hier unten noch Kaffee und Kuchen. Da kann dann gerne weiter diskutiert werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.